Moin. Oh und herzlich willkommen wieder bei SWT E-Command One Europe. Wer spielt da gegen Duitman? Vielleicht hat er im Osten ja auch mal schlechtes Wetter. Immerhin regnet es da und diese ganzen Marinebomber nerven. Immerhin Schlamm, aber ein bisschen Regen darf es auch mal gerne sein. Unspektakulär, aber gut. Regen vor allem halt wegen diesem Strotz. Ja, jetzt muss der Volk in Schweden. Ist das wirklich ein Schiff draußen? Oh. Ist das ein guter Aufklärungsbericht? Er will die Türkei überrennen. Und von der Türkei, wenn er die Eisenbahn hat, Syrien und dann Ägypten einfach mit der Bahn haben und das ganze Gebiet hier hinten. Ne, ich bin froh über die Aufklärung. Mal nachgucken, ob da nicht... Also du fährst einfach mal so die Küste ab. Als ob du noch auf der Suche nach Landungsbooten wärst. Man kann ja sein, dass er hier irgendwo welche... Okay. Kann ich irgendwas tun für die Türkei? Dann würde er reingehen. Vielleicht würde er auf das Wetter warten. Ich hätte ja selbst eine Weile geplant, der Türkei den Krieg zu erklären und dann mit einem Asten an Einheiten da irgendwie rein. Aber okay. Ist jetzt da alle. Das ist so gut wie gefallen. Er wird dann auch von der anderen Seite hier angreifen. Wo strotzt er denn rauf? Hm. Könntet ihr hier noch ein bisschen nerven, das wäre die Frage. Aber sonst bleiben wir mal eben. Okay, wir haben mal gutes Wetter, das ist schön. Liebe Garnison, geht ja einfach nächstes Mal versorgt drauf und gut ist. So, da hinten stehen Panzer. Wer hätte es gedacht? Wie weit seid ihr mit eurem? 43. 77. 30. Ist zu langsam. Haben wir noch mehr? Na, Kuh und ein Chor. Also, mein eigener Stadt. Großer Plan, strategischer Plan, wie auch immer man es nennen will, ist es eigentlich jetzt Portugal. Diplo dauert zu lange, da habe ich jetzt mit den Briten ein bisschen Geld verschwendet, dass ich es reingesteckt habe. Reingesteckt habe. Krieg erklären. Leute an Landen. Spanien Krieg erklären. Die haben ja nur diese Hauptstadt, wenn ich es richtig sehe. Das müsste von hier gehen mit Luftwaffe, Fallis und Panzern in einem Zug, wenn das Wetter gut ist. Dann die Truppen hier ranbringen. Dann kann man schnell auf Bordeaux marschieren. Und kommt hier rum und kann seine Verteidigung, die sind ja alle anders ausgerichtet, kann die versuchen zu umgehen. Arken an der Geschichte, ihm fehlen glaube ich nur noch Kairo und London. Und Kairo ist, finde ich, kaum zu verteidigen gegen einen Angriff, wenn er da wirklich lang gehen will. Vor allem, wenn er sich noch die Türkei holt. Und dann, dann, ja, müssten wir Leute, Leute heraushören und zu gucken. So ganz nebenbei, wie weit siehst du? Vier. Kann sein, dass er mit mehr Langstreckenflugzeug vielleicht auch schon mehr sieht. Nur so, dass, hier vorne sieht das ein bisschen. Muss er im Zweifel nicht gleich sehen, dass sie alle wegfahren. Ah, ich, ich weiß nicht, ich springe schon. Meine Schwimmen hat auch noch nicht ganz mit. Ähm, ich springe wieder, aber mein Plan ist, dass sie hier rein und dann da rein. Und er wird jetzt anscheinend hier hinten rum. Das Beste, was ihr tun könnt, ja, Syrien erobern. Aber mit wem? Wird er da schnell rein marschieren? Also mit den Strats vielleicht wirklich da rauf und mal gucken, was da so los ist. Aber das hieß ja technisch, dass ihr hier vielleicht doch offensiver werden könnt. Und wenn ihr wirklich nur ein paar Panzer hier auf der anderen Seite sind, weil die anderen woanders sind. Na gut, macht euch erstmal bereit. Der müsste mal geheilt werden. Wobei, wenn wir zu schweren Panzer brauchen, ist er noch das Vierer-Upgrade. Aber mit vierer Masse und ein bisschen Artillerie sollten wir wohl diese Stellung überwinden können, auch wenn Pio hier gute Arbeit leistet. Schwerer Panzer, Wald und ein Ort. Okay, kriegt ihr auch jetzt mal eure Upgrades. Findet vor, fahren. Ja, da rein zu fahren ist noch ein bisschen heikel. Artillerie und Flak brauchen wir auch durchaus als Deckung noch. Achso, du hast da von der Ecke auch eine 10. Ach, das ist eigentlich sehr gut für die Versorgung. Das kannst du ja auch da einfahren. Du gehst mal da. Ja, da ist dann doch einer. Nur so deren Eisenbahn abschneiden. Also sofern man das decken kann. Dafür bräuchte er eigentlich noch einen, glaube ich, mal. Das ist drei Punkte. Obwohl, du hast eine Kontrollzone. Du hast eine volle Kontrollzone. Und sogar Versorgung. Kommt er da eigentlich nicht lang? Auch wenn es natürlich sicherer aussieht, wenn da noch einer irgendwie... Aber bleib erst mal da. Okay, er kann natürlich... Nee, er kann da nicht, weil du ja keine Kontrollzone hast. Einfach langlaufen. Dann bleib erst mal hier. Du brüchst die da ein bisschen damit, dass er da nicht einfach hinkommt. Dann steht ihr da und ich würde die neue Einheit... Ich kriege noch das Chor und du kriegst da noch deine Ausrüstung. Na, ich würde den Fokus auch hier in der Nähe von Moskau lassen. Weil, wie gesagt, dem fehlen ja nur noch Kairo und London. Und im Zweifel müsst ihr irgendwie nach Moskau durchbrechen. Und man müsste, wenn man hier ist, schnell nach Paris oder alternativ auch irgendwie noch eine Landung auf Rom. Was ja durchaus im Raum des Möglichen wäre durchführen. Selbst wenn man nicht sonst so viel in Italien machen würde, einfach um die Städte wiederzukriegen. Das ist so ungefähr jetzt in die Richtung. Ja, noch vor Ort, ja. Und dann mal sehen und wann halt ihr den Panzer aufgeholt habt. Und ihr passt hier auf. So mal da rein. Ja, ihr macht euch hier bereit. Und ihr kriegt jetzt noch einen Haku. Dann sollte man hier problemlos alles unterstellen können. Zum Beispiel Fronteinheiten, habe ich mir sagen lassen. Sollten durchaus unterstellt werden. Hm, hier ist halt auch viel Sumpf und Wald. Ja, man könnte ganz hart darauf spekulieren, dass Winter wird und die Armee da reinziehen. Aber wenn es nicht, dann hat ihr noch eine schlechte Moral. Also ich würde sagen, ihr wartet hier auch ab. Und habt zumindest ein paar Panzer, um so ein bisschen dann auch mit denen arbeiten zu können. Und du, naja, sollst du dir nur ein bisschen hier die Karte anmalen. Aber die ist in Ordnung. Du hier hinten hast den Ort. Irgendwann, ob du ein bisschen weiter gucken sollst. Natürlich sein, dass uns der italienische Falli da reinspringt, der letztes Mal da war. Aber zur Not gehst du dann einfach auf ein Boot oder solche Scherze. Nur, dass die der Karte wieder etwas angemalt ist. Dann gerne müssten wir das eigentlich unten halten, finde ich. Den Panzer da immer wieder grüßen. Und eh, der jetzt so viel anstellt. Ja gut, also dass auf jeden Fall irgendwer mal da in dem Ort da steht. Du musst zum Haku rauf. Dass du da mal geheilt werden kannst. Ja, da ist eine 6. Oder vielleicht doch hier vorne, dann könntest du schneller. Okay, aber hier wäre eine Eisenbahn, falls du doch blitzartig Bahn fahren müsstest. Na, die Armee. Du gehst auch erstmal irgendwie noch näher ran. Oder kriegst du noch deine Upgrades-Neu-Verstärkung? Gab es da nicht. Dann bin ich mal gespannt. Ist einer, sonst schau nochmal nach Baku. Oder schau dir mal das Öl an. Ah, Abfangjäger, listig. Und jetzt schau dir an, der andere, auch wenn er vielleicht auch in den Abfangjäger fliegt, aber ob da eine Armee steht. Also, nicht nur eine Armee, ob da eine Angrisstruppe auf die Türkei steht. Grüßt deren Versorgung. Ja, die Bahn hier hinten rum. Also, du müsstest wahrscheinlich am besten Tieflist treffen und dann nochmal da gucken. Aha. Hier sind die alle. Sogar der Stratt. Das wird ein kurzer und heftiger Schlag. Aber Grüße gehen raus an die Versorgung. Die ist glaube ich jetzt nicht mehr so gut. Aber das ist nur eine grobe Einschätzung. Mal gespannt, ob das noch für ein Doppel-HQ reicht. Bin sehr dankbar über diese Aufklärungsberichte, weil die haben im Grunde alles verraten, was hier demnächst abgehen wird. Und da kann man nur hoffen, dass das Wetter noch lange schlecht bleibt. Und da wird sich die Türkei holen. Und da, außer mit den Stratt ein bisschen zu ärgern, sehe ich jetzt auch nicht groß, was wir noch tun könnten dagegen. Soll ich jetzt natürlich eigentlich die ganzen Armeen hier rüberbringen. Ja, aber ist es, dass wir hören. Oder doch nach Frankreich rennen, weil seine Leute nicht da sind. Aber eigentlich hätte ich jetzt ihn in Spanien. Also hier erobern. An Spanien erobern. Und dann weitermachen. Sollte man doch der Geschwindigkeit teilweise hier jetzt schon irgendwie rein, weil es da bald losgeht. So, wenn das hier alles überrollt wird. Demnächst bin ich auch überlegen, dich eher zurückzuschicken. Und dann mal zu sehen. Man hat ja definitiv einiges an Truppen hier. Wenn wir jetzt frontal gehen, dann hat man da das alte Problem. Und allein ein Überflug wird teuer. Flugzeuge, die anderen haben mehr Erfahrung und sowas. Was haben wir denn noch auf der Liste? Ist das U-Boot da unten noch? Ich hatte letztes Mal eigentlich schon. Ich hätte nur den Zerstörer vergessen. Ja, es ist immer noch da. Geh mal weg. US-Truppen durchaus bereit. Neuer Schwung. Und es kommen glaube ich noch mehr. Ein paar Briten. Und noch mehr US-Fallschirmjäger. Gut. Gut. Das wissen wir denn. Da sind zwei Panzer. Drei Panzer. Fünf Panzer. Das ist knapp unter der Hälfte der deutschen Panzer, die gerade bekannt sind. Aber ich nehme an, wenn wir jetzt hier direkt ein großes Unternehmen, also dass er dann außer der Türkei noch Leute abberuft. Sonst wäre ich dabei zu sagen, dass sie dann halt Kairo nehmen. Vielleicht mit Stratz und ein paar Trüppchen das noch hier so ein bisschen Zusammenhaltchen. Hm. Wirtschaftlich ist das eh so eine Sache. Den eigenen Fokus in Portugal an Land gehen, Spanien erobern und dann von hier rein pushen. Und im Zweifel dann auch im Mittelmeer Stress machen. Das ist, würde ich sagen, der Plan. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen Landungsboote. Der spawnt, glaube ich, ein halbstarkes Korps in Lissabon. Und nur, um auf Nummer sicher zu gehen, will ich drei Landungsboote haben. Möglichst irgendwas, was er jetzt nicht sehen würde mit seinem Jäger. Was ihn vielleicht misstrauisch machen könnte. Und die müssten jetzt so, also aufs Boot, einer ist hier schon noch in der langen Zeit. Die heizen dann im nächsten Zug alle nach Lissabon und dem Zug danach wird erobert. Dann müssen ein Zug dann alle Einheiten an Land. Ja, es dauert, es dauert, es dauert, es dauert. Aber allein das hier durchfahren dauert auch. Und schauen wir mal, wer schneller und effektiver seinen Plan vorantreibt. Oder soll man, ich weiß, ich bin hier sehr viel in der theoretischen Ahnung. Sollen wir ihm da noch irgendwie reinfahren? Der Haken ist, es könnte jede Runde losgehen, wahrscheinlich, sobald das Wetter mitmacht. Außer er fühlt sich jetzt durch die Stadt so irgendwie provoziert, ehe die ihm alles wegschießen, dass er dann doch mal anfängt. Ja, wir kriegen vielleicht Flugzeuge noch, aber nicht so viele Bodentruppen, dass man das hier irgendwie verteidigen könnte. Und wenn man jetzt Syrien hätte und da eine Bahn, das erscheint mir alles zu heikel. Also wir bleiben hier bei unserem Plan. Dann brauchen wir Einheiten für Landungsboote, die er nicht sieht. Die Armee hier zum Beispiel. Kostet ein bisschen was. Vielleicht den Panzer, ich meine, dann wäre der da hinten auch gleich ein Land. Krieger müssen wir natürlich irgendwann auch nochmal heilen, aber eins nach dem anderen. Hören wir mal, dass er den... Na gut, die wird ihr vielleicht noch weniger sehen, im Zweifel. Noch dein Upgrade, aber das... Also muss dann demnächst kommen. Andererseits, dass wir eine US-Einheit, die Briten... Noch nicht mehr so viel. Also ihr drei geht da runter. Und macht, dass ihr braucht Support. Und wir brauchen London in sicher. Und das ist dann eine der wenigen Städte, die ihm noch fehlt. Pio ist ein bisschen später, aber ich will ihn jetzt doch noch haben. Kommen, wir nehmen gleich den While. Ja, die Diplo von denen in Portugal war jetzt verschenkt. Was brauchen wir noch? Träger zur Unterstützung. So, bei Nistabon, falls ihr noch mehr Feuerkraft braucht. Machen wir euch endlich fit oder fitter. Komm, du kannst mit deinem Flugzeug da auch noch runterheizen. Dann, der Panzer wird ja irgendwann wegkommen. Ich glaube, es ist besser, wenn es eine Armee sich in London bequem macht. Und der Fadi ist ja auch so ein Kandidat eher zum Wegfahren. Auch irgendwie mal in der Nähe eines Hafens hat er noch einen Moment. Also wie die Artie. Noch Möglichkeit jetzt gerade mal in Häfen bringen, die außerhalb seiner Sichtweite sind. Nicht zu sehr weiß, was da so vor sich geht. Zurück vielleicht auch noch ein bisschen. Auch natürlich noch ihre Upgrades und alles. Aber die Briten sind pleite. Der ganze Bomberkram müsste bald auch noch mal wieder geheilt werden. Als nach dem anderen. Amerika hat noch... Wir müssen an den Konvoi spielen. Die Sowjets haben noch einmal jetzt kassiert. Aber die Briten brauchen nicht bloß viel Geld. Die Sowjets müssen das irgendwie so durchhalten. Hier könnt ihr vielleicht noch einen Ticken mehr jetzt abgeben. Ich habe den Eindruck, Amerika steht finanziell gerade etwas besser da. Haltet euch in der Nähe von Häfen. Hm. Und äh... Auf das... Also rundentechnisch heißt das eine Runde. Wir sammeln die Boote und zwei Träger hier vorne. Zweite Runde. Wir gehen an Land und nehmen es ein. Dritte Runde. Wir haben hoffentlich die Häfen und können die Leute anlanden. Vierte Runde. Wir fahren an die spanische Grenze. Und hoffentlich alle da sind bis dahin. Fünfte Runde. Wir greifen Spanien an. Was in einem Zug hoffentlich klappt. Nächste Runde. Wir ziehen hier hin. Das heißt, wir brauchen den ganzen US-Kram jetzt auch auf Transportschiffen. Ich bin ein bisschen faul, was die U-Boot-Jagd hier manchmal angeht, weil so selten was passiert. Ich glaube, wenn wir jetzt Vollgas rüberheizen, sind die zum guten Zeitpunkt da. Alle die ganzen Panzer brauchen wir. Habt ihr alle Kampf-Upgrades? Ja. 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 auf du hast auch natürlich eigentlich noch wenigstens ein freies transportschiff um im hq nachzuziehen aber das werden wir haben weil da unten sind noch die beiden falsche mega die bräuchte ich auch aber ich meine das hat dann so gerade eben gepasst die flieger können wir immer noch nachher nachziehen ist nicht so das thema ihr könnt dort zeug machen für die optik noch ein bisschen dazustellen so was machen wir dann diplomatien die türkei scheint irgendwie vergebens zu sein in schweden hatte jetzt gerade einen großen durchbruch und da weißt du natürlich dass wir nicht so viel da drin haben und das in portugal ist natürlich irgendwo verschwendung weil das land jetzt doch erobert werden soll und sie jetzt kriegt ein land holen wenn die deutschen in die türkeien marschieren ist auch nicht so das wahre lassen wir das im moment ist land ist doch längst weg wahrscheinlich ein fehler das ist noch da ist die usa was macht ihr abgesehen davon dass wir immer noch mehr truppen brauchen ihr könnt uns noch luft abwehren holen das sind zumindest günstige landungsboote technisch alles was kämpfen kann und noch ein bisschen die vielleicht schon mal hochziehen sie ihre werte auch wieder etwas besser drauf haben sieht es in der forschung aus läuft alles darf aber gerne schneller laufen bei euch auch ungefähr und die jetzt auch einfach alles weitermachen da kommt ja nicht noch mehr panzer rein ja einer ist da noch noch den anderen panzer zug oder doch gefallen wird natürlich irgendwie priorität und da reicht es dann immer noch für eine armee dann hätten wir hier fünf panzer und auch zwei mechanisierte artillerie zeug müssten halt hier druck machen das irgendwie halten und endlich hoffen dass das wetter in der türkei schlecht bleibt und die eigene landung hier drüben vorantreiben und dann mal sehen wir schneller und erfolgreicher vorankommt ich bin ein bisschen die befürchtung dass beide hier schon alles stehen da etwas schneller ist aber er hätte mit der türkei noch nicht sein großes ziel erreicht er müsste ja noch hier ganz runter naja im norwegen natürlich wenn wir könnten nachsetzen und das ding da abschießen wir setzen mit dem ol-schiff nach und schließen das ding ab die sind noch etwas verschmerzbarer ausgesetzt der weg dahin ist frei aber ich kann mir sehr gut vorstellen dass er der u-boote vor platziert hat der andere haken ist wenn man daran geht dann kommen seine marinebomber und schießen alles ab was den abschießen wollte machen die guten schiffe können eigentlich auch sich in zweifel vielleicht in portugal noch beteiligen wo ist denn der da der dritte könnt ihr da noch was machen ich meine ihr könntet einfach noch nördlicher ansetzen dass euch zumindest kein marinebomber trifft gut und dann alle weitermachen und sehen wer erfolg hat oder hatte das du da wir können es nicht machen das fast darauf bald darauf marschieren und das öl zurückholen das wäre irgendwie lustig war ja ein falli drin italienischer was wenn der mal nicht drin wäre na gut wir werden sehen können glaube ich den zug beenden ich habe langsam wirklich die lust saudi arabien reinzuholen einfach aus prinzip hier leidet ja aber hoffentlich ist es nur alles versorgungsschaden also ich habe den eindruck wir hatten jetzt schon x logistik durchbrüche mit den alliierten das ist nett gerade wenn man jetzt auch viel transportiert habe ich hätte lieber panzer gesehen ja schön man muss nur laut genug meckern gut das ist das und dann an dieser stelle auch erstmal wieder vielen dank fürs zuschauen schaut auch bei tut mir mit rein und dann bis zur nächsten folge bis denn stein